meine freunde und herzlich willkommen hier ist wieder euer pg meyers und es gibt wieder mal seit längerem eine wortvorstellung und zwar habe ich als kunden das gefällt von ls 17 und zwar einen jahr der die a helmers bv mn hallo ja ja kommt weiter tschüss ja hallo mein direkt mit auf ihr wollt euch was zeigen alter naja auf alle fälle hat das mit forst zu tun häxler drauf voll cool auf dem mn und zwar ist der mod von die farmers den link dazu den selbst natürlich wieder in die video beschreibung aber wir schauen uns jetzt den erstmal an im shop halt zurück so dass ihr das dass ihr die daten mal habt so auf alle fälle also noch mal zurück also wir haben die mn h helmer bv jens genau also da ist auf alle fälle der hexa drauf von dem helmer dann 36 kostet dieses fahrzeug pro tag hat es gibt es in verschiedenen ausführungen und zwar eine standard dann ist er ohne anhänger kupplung hinten und plus anhänger hinten das heißt man hat dann auch wie beim satten zug einfach das maul und dann kann man den sattelzug hinhängen zeige ich gleich zur motorausführungen haben wir den standard 479 ps dann haben wir die 718 ps und die 950 ps ich denke mal die ps zahl je stärker desto besser kann das ganze verarbeitet werden denke ich mal weiß ich nicht sehen wir gleich 400 liter schluck der pro stunde 80 kilometer schnell ist er kostet in der größten ausführung 285 euro so ich habe dann schon gebraucht ich habe auch schon holz gesiegt weil ich will natürlich gern wissen wie so was in action ist nld farmers schön auf alle fälle sieht es sehr 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 cool aus muss ich sagen gefällt mir sehr schön und dahinten habe ich zum beispiel jetzt das maul dran weil ich habe schon gekauft hier in grampe den hängen wir jetzt gleich hin also wir werden jetzt nicht voll machen mit irgendwelchen häcksel sondern einfach nur dass ihr seht das ganze funktioniert man muss jetzt unbedingt mal was tun auf mein mod spiel stand dass ich da mal mehr habe so was ist jetzt los er hängt also der grampe hängt sieht natürlich schon mal bissel überdimensioniert aus aber naja für hexe gut machen reicht's damit stehen wir eh bloß rum die ganze zeit so schauen wir mal dass wir rumkommen jawohl schauen wir mal von innen an dass wir den zehn also ganz normale serien chassis also gar nicht viel rumgetan voll cool ist halt immer dimensional langweilheit der durch die das hintere maul doch noch um 1 1 1 halb meter länger ist hier sehen wir zum beispiel auch die stützen die man braucht ja ja hub halte da hast du glück dass ich kein mist drin habe das würde darüber schütten naja auf alle fälle jetzt sieht er schon cool aus natürlich kann man x beliebig hänger anhängen aber grampe finde ich cool kann man wirklich was weg schaffen so und fahren wir mal dahin ja bin ich drei hölzer liegen stellen wir uns jetzt schon schön hin dass sie das gleich aufnehmen kann obwohl fahren wir noch einmal rum so ah ne da stehe verkehrt weil ich muss ja so stehen dass ich gleich mit der schnauze quasi ans ding kommen so dann würde ich sagen drücken wir mal f1 ist noch mal sehen wie das ganze funktioniert so abkippseite hinten mann wir brauchen die jetzt ja ausfahren so das kennt ihr ja ist klar fährt aus und schon ist er fixiert auf dem hänger kontrollgruppe wechseln ist der g y das ist fürs rohr naja stützfüße ausklappen ganz wichtig so also klappt sich auch gleich die maschine mit aus ok dann wie schaltet man den an wechsel anschalten einfach mit b und schon läuft er so dann schauen wir mal das ganze funktioniert ich muss mir unbedingt mal größeres mauspids zu legen ich habe auf meinem mauspid einfach viel zu wenig arbeitsding breite da gibt es so richtig monster große dinger so dann schauen wir mal ich hoffe ich habe es nicht zu lang gemacht so schauen wir mal ich habe noch ein bisschen rüber zurück so dann schnappst dir er kommt noch zu was ist jetzt los ja ja das braucht wieder schließen ja geht doch hoch runter er hat er hat er so schauen wir mal dass wir den darüber bringen ich glaube die dinger sind zu groß naja das ist doof aber vielleicht übrigens ein rein also kleinere dinge ich habe jetzt vier meter glaube ich das ist dann doch ein bisschen zu groß so so na komm nein ach nein oder jedes mal das gleiche johnny 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 ja ich mache das zu 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 selten aber mit fahrer immer die maschine komisch mit von den maschinen aber ich mache es einfach zu selten mit dem forstwirtschaft naja und es funktioniert und das landet drin da habe ich das an so cool dann schauen wir mal was der eis und ast gibt haben wir da jetzt ein nein passt also es funktioniert auf alle fälle 2006 und es schaut gut aus funktioniert und ich hoffe dass es ist allzu laut war ja aus die maschine genau auf alle fälle geiler mod ndl danke nld farmer genau sorry und ja bis zum nächsten mal aber bei 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 ja 26 sono am